Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Hilfe, BD. Bleib wachsam. Ich beende Ihr Leben. Stimmt, hierher! Unproduktiver Humanoid. Alles okay? Stirb jetzt bloß nicht, Jedi. Integritätsgefährdet. Bist du in Ordnung? Maximale Einschränkung. Aufpassen! Wir drüben! Wir drüben! Stimmt, die Kampe! So, jetzt können wir hier hinten mal schauen. Da müssten überall Kisten und Zeug sein. Sagt mir zumindest die Karte. Okay. Aber eher irgendwo da drinnen. So, da war oben ein Loch zum Reinfallen, was wir noch nicht ganz kapiert haben, wie das funktionieren soll. Wir drüben. Wir drüben. Und das Leben verschrieben hat. Das Wissen der Jedi Tradition zu sammeln und zu bewahren. Hm. das wie der aufgeht das ist mir noch absolut schleierhaft dann wollen wir mal nach dahinten gehen so soll ich auch sprinten? ja da hier ist alles fit so dann kampfbereit ist doch alles paletti ich bin an deiner seite ich bin natürlich auch viel zu selten sehr schön stehe ich da für einen fähigkeitenpunkt? naja ok auch recht wenn unsere vision klar ist und unsere werte im einklang sind ist geduld entscheidend ok ich mach mich komfort aber halt gott man schluss ok ist die kugel dahinten wenn ich den mach dann muss ich erst den dahinten ok ok das war zu langsam kann ich erst das hier machen dann das hier dann das ah fett ich muss ja dann da nochmal hin ok 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 Easy. Jetzt können wir hier außen hoch. Da, auch kein Problem für uns. Ich kann dich da unten sehen. Gemeinsam, ja. Raketentruppler eliminiert. Passt auf euch auf! Na, hervorragend. Anscheinend haben diese Grübeleien letztlich doch einen tieferen Sinn. Vielleicht sollen diese Prüfungen ein verstecktes Muster unter dem Sand dieser Wüste offenbaren. Gibt's also doch irgendwie gab's ein paar mehr, ne? Die haben wir aber irgendwie gar nicht so richtig gemacht. Irgendwo fehlt wieder ein Schatz. Aber... Oh Gott weiß, wo der wieder liegt. Da unten wahrscheinlich. Ich denke, Schwester Task würde gerne mal einen Blick darauf werfen. Sache. Hm. Jetzt haben wir aber alles. So, wo wollen wir dann als nächstes hin? Schätzchen. Ich schätze, das hier kann man machen, wenn man alle Tempel fertig hat. Alles hier hinten ist irgendwie so ein extra Ding. Das machen wir später. Ich werde jetzt versuchen, hier hinzukommen. Die zwei Sachen machen und vielleicht das Gerücht. Und dann die hier noch. Und dann können wir hier hinter... Ah, ist... Hm. Ja, ja. So der Plan. So machen wir das. Und dann sollte man Shadow auch fertig haben. Schaffen wir das? Brechen wir auf. Sehr schön. Macht es natürlich noch einfacher. Mäßigung erhalten. Okay, das ist zum... Ah, ist sogar ein Echo. Gar nichts zum Scannen. Sorry. Ja, bitte. sehen wenn unschuldige leiden ich weiß dass es schwierig ist aber hat vertrauen die macht wird uns zu unserer wahren bestimmung leiden also habe ich überlegt ob man die boni schauen aber nur die ruhe so es ist da vorne rechts steht halt immer noch die frage ist ob wir es nicht mittlerweile machen können er nämlich aber gar nicht mehr was da war aber eigentlich lernen wir nichts neues mehr schon gar nicht mehr wie man da hoch kam Gegner voraus nicht mit mir mich kriegst du nicht Achtung oh so mag ich das aussehen hilf mir bitte aussehen aussehen auch nicht hier in Schauen wir nur ein Blick. Ich hoffe, das gehört mir. Stopp! Gut sicher bin! Erschießt ihn! Noch ein Holocock! Mhm, hier war auch noch ein Kopfgeldjäger versteckt. Ah, hier kann man hoch, oder? Gerade am überlegen, dass da doch irgendwo ein Weg hochgeführt haben muss. Gegner voraus! Na genau, das war's nicht. Ich werde dich auffallen! Das ist unmöglich! Das ist ja ein Sch... Hm... Gegner nähern sich! Ich... Ich hatte gehört, die Jedi wären alle tot. Jeder einzelne von ihnen. Sie sind wie Ungeziefer. Einer über dem Dämmer. Aber das werden wir bald ändern. Mh-hm... Jetzt kommen wir da unten rein. Versuchen wir's damit. War kein Zeiträtschen mehr, ne? Jetzt haben wir's gelöst. Mh-hm... Dich nur wieder zurück. Ah, ne. Habe ich mir jetzt wieder unnötig Arbeit gemacht. So, und nochmal da rüber. Ne, warte, jetzt hätte ich gar nicht rübergemusst, oder? Warte, jetzt hätte ich gar nicht rübergemusst, oder? Eklat. Ah, Mann! Jetzt müssen wir nochmal hier... Mal jetzt die Seilrutsche benutzen. Hab ja einen eindringlich! Wie in alten Zeiten. Mach nicht kampfbereit. Beeilung! Beendet die Sache! Gut gemacht! Das Ziel ist schnell! Granate! Siegri-Tab reduziert. Lasst lieber auf euch auf! Oh! Ihr habt keine Mannschaft! Das tangled. Ich bin der息alb! Ich habe einen Einbürg, ich bin der eine Schwangerschaft! Kommt! So, super. Jetzt konnten wir den auch endlich machen. Ja. Ist mir jetzt mittlerweile auch aufgefallen, danke mir. Dass das wohl der Weg ist, wo wir hin sollten. Noch einen Bonus-Lot. Und jetzt... Wollen wir hier hinten das da noch machen? Ah, da ist jetzt eh grün. Jetzt haben wir jetzt alles geschafft. So, sehr schön. Da hinten ist noch ne... Noch nen Weg. Jetzt bitte. Hier oben. Hilf mir bitte. Der goldene Skorpion. Ne, Skriton. Legendärer Gegner. Hier hinten hat er irgendwas geleuchtet. Genau. Ja, den... Die finde ich mittlerweile fast am einfachsten zu besiegen. So, hier gibt's nix mehr. Ein Schatz fehlt hier hinten. Naja, aber nachdem das hier überall sein kann... Find man den ja vielleicht auch noch... Sehr geil. Die Schätze, bevor mir die nicht auf der Karte angezeigt werden... Hat man da doch eh keine Chance. Wie ist das gelaufen? Das hast du erledigt. Hat sich mein... Controller aufgelöst. Ich ne... Hier. Der Knopf dann schon nur noch da. Hey, mal kurz. Ich hab da... Hab ich da bestimmt noch welche... Üh. Na, der ist nicht ganz so gut. Der neue Stick. Aber er ist... Er ist jetzt auch nicht so schlecht. Na, muss ich mich da doch mal um Ersatzteile bemühen. Wo ich doch mittlerweile sehr viel mit Controller spiele. Oh, der ist doch ganz so چ Woah. Okay. Da hinten ist auch der Schatz in der Wand. Sehr schön. Haben wir hier alles. Und dann war es auch mit dem Part. Jetzt müssen wir nur hier hinten einmal durch das Gebiet laufen. Und hier durch das Gebiet. Eigentlich nur hier hinten schnell die Daten setzen. Einsammeln. Hier gibt es jetzt auch einen Rückweg. Ja. Hier haben wir noch nicht alles erkundet. Und eigentlich auch machen. Das heißt wir gehen hier hin. Und machen dann einmal den Rückweg. So oder warte mal. Vielleicht gehen wir da hin. Das ist glaube ich noch besser. Das heißt ich will jetzt. Zu irgendeinem. Speicherpunkt. Oder sogar zu dem hier glaube ich. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Skilltons sind. Ich muss aber auch immer aufnehmen. Weil es kann jederzeit. Irgendwo sein, dass Kopfgeldjäger sind. Gegner nähern sich. Das nächste Mal. Nichts. V reversz. Isto denn. Gut. Und dann ist da oben der Speicherpunkt, dann war es das mit dem Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.